Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Treff. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute schauen wir uns einfach mal eine Übung an, wie wir die Realität formen können, beziehungsweise wie du auch wirklich ganz mit deinem Standard, mit deinem Seelenplan synchron laufen kannst. Und in dieser Übung geht es vor allem einmal darum, diesen Spielball, diesen Spielplatz Erde anders wahrzunehmen, anders zu verstehen. Und heute arbeiten wir sehr stark auch mit dieser Christusenergie. Da geht es jetzt gar nicht darum, ob du Christ bist oder nicht, sondern es geht einfach nur einmal darum, diese Erdenergie zu transformieren. Und wie gesagt, heute arbeiten wir mit Christusenergie. Schließ mal deine Augen und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und in diesem Augenblick, wenn du diese Reise hörst, ist das Christuslicht bereits hinter dich getreten. Das heißt, die Christusenergie, diese Meisterenergie, behütet dich mal und leg dir mal so die Hände auf den Rücken. Und als erstes löst diese Christusenergie einen tiefsitzenden Schmerz, eine tiefsitzende Blockade in dir. Und zwar die Blockade, die mit dem Satz in Resonanz geht, ich habe die Sünde von der Erde genommen. Ich habe die Sünde von der Erde genommen. Es gibt keine Sünde mehr. Und zuallererst wirst du mal freigemacht, befreist du dich mal, weitest dich aus, dehnst dich aus. Und wenn du jetzt diesen Satz, die Sünde ist von der Erde genommen, tief versinken lässt und erlaubst, dieser Christusenergie auch tief in die Erde zu fließen, dann spürst du, dass das Licht, das die Erde antreibt, jenseits von richtig und falsch ist, richtig von gut und böse, jenseits von moralischen Vorstellungen. Und jegliche moralische Vorstellung, die du jetzt in dir gespeichert hast, darf sich jetzt mal transformieren. Und mit dieser inneren Transformation transformiert sich auch das Äußere. Das heißt nochmal das Bild, die Sünden werden von der Erde genommen. Die Sünde wird von der Erde hinweggetragen. Lass das nochmal einsinken. Die Sünde wird von der Erde hinweggetragen. Die Sünde wird von der Erde hinweggetragen und gereinigt. Und nun dürfen sich weitere innere Manipulationsenergien in dir transformieren und lösen. Und vor allem dieser Leistungsdruck, dieses du musst dich anstrengen, um etwas zu erreichen. Du musst hart sein, du musst stark sein, damit das Leben funktioniert. Und die Christusenergie führt dich zu einem weiteren Satz hin, zu einem weiteren wesentlichen Satz, und der ist so, ihr nicht werdet wie die Kinder. So werdet ihr nicht ins Himmelreich gelangen, so ihr nicht werdet wie die Kinder. Und erinnere dich jetzt mal zurück, wie warst du denn als Kind? Hattest du als Kind Existenz-Sorgen? Hattest du Sorgen, dass irgendeine Not herrscht, ein Mangel da ist? Dann wirst du spüren, dass du eben keine Sorgen, keinen Mangel, keinen Not gespürt hast. In deinem Wesen. In deinem Wesen hast du keinen Mangel, keine Not und keine Sorge gespürt. Und an diesem Punkt lenkst du jetzt dein Bewusstsein an den Punkt der Freude und der Leichtigkeit, der Flexibilität. und spür jetzt mal, wie du weiter wirst. und in dieser Weite, in diesem Fließen, erlaube jetzt mal, dem Christuslicht, eine innere Orientierung vorzunehmen. Ich bitte dich, orientiere mich. Ich bitte dich, mach mir bewusst, wo mein Seelenplan liegt, damit ich diesen selber leben kann. und du spürst, wie du während dieser Worte tief in deinen Seelenplan singst und ein strahlendes, weißes Licht breitet sich in deinem Bauchraum aus, über dein Becken, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel und hinauf, die Wirbelsäule rauf, über die Schultern, die Arme rein und in deinen Schädel. und spüre jetzt mal, wie dein Seelenplan in dir aktiviert wird und er strahlt und spüre jetzt, dass das Gewebe zwischen der Schöpferenergie und der Erde einfach dünner wird, so dass du leichter das, was du Realität nennst, beeinflussen kannst, formen kannst, ähnlich wie eine Knetmasse. Also du spürst die Energieflüsse rund um dich herum in den Raum aufreigen, sich wieder niedersenken und du spürst die ewige Bewegung wie einen Herzschlag von Mutter Erde und du spürst in dieser Bewegung und in diesem Licht eine Anbindung an eine Urquelle, auch im Außen. und in dieser Anbindung verschwinden jetzt erst mal sämtliche Einschränkungen und Blockaden und du spürst auch, dass du auf eine Ebene gehoben wirst, wo Alltagsdinge, Erkränkungen im Alltag, Ärgernisse deines Alltags ganz weit von dir abfallen und du spürst, dass du innerlich dein inneres Licht ausbreitest, dass es durch dich hindurch bricht, fast wie Flügel, wie Schwingen. Du spürst jetzt tief in deinem Inneren, dass es die größte Würde ist, dass du am Leben bist. Die größte Gnade und das größte Geschenk ist dir zuteil geworden. Es ist vieles hier auf Erden vielleicht mühsam oder anstrengend oder kräftezehrend oder eben noch einmal enttäuschend. Aber all das darf sich jetzt transformieren und du darfst dich mit deinem Urlicht wieder verbinden. Verbinde dich wieder mit deinem Urlicht. und in diesem Augenblick spürst du, wie du in einem strahlend weißen Licht dich ausbreitest und du spürst, dass dieses strahlend weiße Licht etwas ist, das auch der Christusenergie im Zentrum innen wohnt. und in diesem Licht, in dieser Ausdehnung beginnst du nun in deinem Innersten zu beten und dich zu bedanken. Ich danke dir für mein Dasein, ich danke dir für die unendliche Lebensenergie und ich danke dir für meine Kraft und Würde, die ich als deine eingeborene Tochter oder dein eingeborener Sohn wieder gefunden und wieder aktiviert habe. Aus meinem Wirkungsfeld, aus meinem Umfeld verbanne ich sämtliche polarisierenden, anstrengenden Ereignisse. Ich betrachte die Welt als einen freien Ort, ich betrachte die Welt als einen Ort unendlicher Möglichkeiten, ich betrachte mein Wesen als unendlich, ich betrachte das Wesen der Erde als unendlich und ich betrachte natürlich auch das Wesen des höchsten Lichts als unendlich. und in der Endlichkeit, die wir Leben nennen, in dieser Enge und Endlichkeit, die du bis jetzt gespeichert hattest, die jetzt von dir genommen wird und die Endlichkeit hat viele Gesichter, das kann Überanstrengung sein, das kann Wut sein, das kann Müdigkeit sein, das kann Erschöpfung sein, das kann Angst sein, all diese Gesichter werden jetzt von dir genommen und transformiert und du spürst, wer du im Innersten bist, du spürst dein innerstes Licht und du spürst, dass es wichtig ist, dass du hier bist und du spürst auch deinen Weg. Atme mal tief ein und wieder aus, während sich dein Energiefeld manifestiert und immer tiefer in die Wirklichkeit der Erde eintaucht. Und in diesem Augenblick bist du frei und klar und nichts und niemand kann dich aufhalten, denn du hast dich von allem blockierenden losgesagt. Du bist eins mit deinem inneren Licht, atmest noch mal tief ein und wieder aus, nochmals tief ein und wieder aus und bedankst dich jetzt mal bei deinem innersten Licht und vor allem auch bei der Christusenergie, die dich während dieser Meditation geleitet hat. Du spürst, dass du gut geerdet und klar bist und du bedankst dich noch mal und streckst dich mal durch, bewegst mal deine Hände, deine Arme und Beine, atmest noch mal tief ein und wieder aus und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Spür einfach noch mal nach, spür noch mal das Fließen und ich bin gespannt, wie es dir bei dieser Meditation gegangen ist. Ich freue mich auf deinen Kommentar, gerne unten hinschreiben, lass mir einen Daumen hoch, teile das Video, wenn du jemanden kennst und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Arini. Tschüss, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.